Heute kommt mal ein etwas anderes Video, als ihr von mir gewohnt seid. Wie einige ja sicher wissen, mache ich meine Ausbildung zum Sozialassistent. Da dies eine schulische Ausbildung ist, schreiben wir natürlich auch Arbeiten. Und wie lernt man in der heutigen Zeit als YouTuber? Richtig, man macht einfach ein Video über das Thema. Dies bietet gleich zwei Vorteile. Ich kann mir selber die wichtigsten Informationen zusammensuchen und diese immer abrufen. Zusätzlich muss ich mich bei einem Video auch mit dem Thema befassen. Dazu kommt noch, dass dieses Video auch für meine Klassenkameraden offen ist. Hallo, falls es irgendwer sieht. Vielleicht können ja einige so besser lernen. Diese Videos werden höchstwahrscheinlich öfter kommen, also gewöhnt euch einfach dran. Ich mache hier ja sonst auch eh nichts, von daher. Heute geht es um das Thema Aufsichtspflicht und Datenschutz bei Kindern. Fangen wir mit der Aufsichtspflicht an. Was ist die Aufsichtspflicht bzw. was für Verpflichtungen hat diese Person? Eine aufsichtspflichtige Person, in unserem Fall ein Erzieher bzw. Erzieherin, haben bei der Aufsicht von Minderjährigen oder anderen schutzbedürftigen Menschen eine dreifache Verpflichtung. Dazu gehört einmal, dass die Kinder nicht selbst zu Schaden kommen. Dann, dass sie keinen dritten Schaden zufügen und dass das Eigentum von anderen nicht zerstört oder entwendet wird. Aber wer ist eigentlich zur Aufsicht verpflichtet? Da gibt es mehrere Personen. Die Mutter und der Vater des ehelichen Kindes. Bei Scheidung der Eltern haben beide das gemeinsame Sorgerecht oder ein Elternteil das alleinige. Mutter des nicht-ehelichen Kindes. In diesem Fall kann der Vater natürlich das Sorgerecht beantragen. Der Vormund oder Pfleger oder die Pflegefamilie. Man kann aber auch per Vertrag zur Aufsicht verpflichtet sein. Das passiert beispielsweise immer dann, wenn ein Kind in einen Kindergarten gebracht wird. Aber was ist eigentlich ein Vertrag? Ein Vertrag ist eine Vereinbarung über den Austausch von Leistungen mit einer Rechtsverbindlichkeit. Eine Person, die die Aufsichtspflicht hat, kann diese auf eine andere Person übertragen, wenn diese bereit ist, diese zu übernehmen. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, so einen Vertrag zu schließen. Dazu gehören einmal der schriftliche Vertrag. Dies passiert beispielsweise zwischen Eltern und Träger. Dabei wird die Aufsichtspflicht durch den Arbeitsvertrag auf die Erzieherin übertragen. Dann gibt es noch den mündlichen Vertrag. Dies passiert beispielsweise beim Babysitten. Als drittes gibt es noch den stillschweigenden Vertrag. Beispiel hier. Die Mutter verlässt das Haus und lässt Vater und Kind alleine, ohne dass die Mutter erwähnt, dass der Vater nun auf das Kind aufpassen soll. Wenn ihr jetzt eine Aufsicht übernehmen wollt, spielen einige Faktoren eine Rolle, über die ihr verfügen solltet. Dazu gehören unter anderem Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, die Übersicht zu behalten und bei Gefahren entschlossen einzugreifen. Nehmen wir nun an, es kommt zu einer Aufsichtspflichtverletzung. Nun gibt es vier verschiedene Arten der Fahrlässigkeit. Diese wären die grobe Fahrlässigkeit. Dies geschieht, wenn man einfachste und naheliegendste Vorsichtsmaßnahmen, die jeder kennt, außer Acht lässt. Die gewöhnliche bzw. normale Fahrlässigkeit. Hier lässt man die objektiv erforderliche Sorgfalt außer Acht. Die konkrete Fahrlässigkeit. Man lässt die Sorgfalt außer Acht, die man in eigenen Angelegenheiten anwendet. Und zum Schluss die leichte Fahrlässigkeit. Dabei wendet man zwar eine gewisse Sorgfalt an, aber eben nicht die hier erforderliche. Nehmen wir mal an, es passiert tatsächlich irgendwas. Welche Folgen kann so eine Aufsichtspflichtverletzung haben? Hier gibt es drei Möglichkeiten. Einmal die zivilrechtlichen Folgen. Beispielsweise Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Dann gibt es noch die strafrechtlichen Folgen, wie zum Beispiel ein Bußgeld. Oder die arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen. Diese wären zum Beispiel eine Kündigung oder Abmahnung. Es gibt außerdem noch die sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Dies bedeutet, dass eine Erzieherin oder ein Erzieher regelmäßig den ordnungsgemäßen Zustand der Einrichtung und Geräte der Kita überprüfen und Gefahrenquellen beseitigen muss. Wenn die Erzieherin beispielsweise sieht, dass ein Regal nicht mehr richtig fest ist und gleich runterfallen könnte, muss sie dieses wieder richtig befestigen bzw. abnehmen. Außerdem muss eine Erzieherperson die Kinder über gefährliche Situationen und Dinge informieren bzw. warnen. Zum Beispiel, dass man ersticken kann, wenn man sich eine Plastiktüte über den Kopf packt oder dass man sich ein Seil nicht um den Hals binden darf. Damit die Aufsichtspflicht ausgeübt wird, müssen fünf Punkte zutreffen. 1. Die Erzieherperson muss die Kinder beobachten und sich vergewissern, dass ihre Anweisungen verstanden werden, insbesondere bei der Handhabung von gefährlichen Werkzeugen und Küchengeräten, dem Straßenverkehr und beim Umgang mit Kleinkindern. 4. Die Erzieherperson muss erzieherische Maßnahmen ergreifen, wenn sie Verstoße gegen Anweisungen feststellt. Wenn ein Kind zum Beispiel mit dem Messer rumfuchteln und damit nicht ordentlich umgeht, dieses dann wegnehmen. Und 5. Die Erzieherperson muss das Können überprüfen, von sich selbst und von den Kindern. Wenn ein Kind zum Beispiel irgendwo hochklettern will, muss die Erzieherperson einschätzen können, ob das Kind dazu fähig ist. Jetzt kommen wir noch zum Datenschutz bzw. der Datenverarbeitung. Datenverarbeitung bedeutet das Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen und Nutzen personenbezogener Daten. Unter Datenschutz versteht man das Verbot, gespeicherte personenbezogene Daten zu missbrauchen. Durch die automatische Datenverarbeitung können unbegrenzt Daten gespeichert werden. Dadurch ist es möglich, durch die Datensammlung ein weitgehend vollständiges Persönlichkeitsbild zu erstellen, ohne dass die betroffene Person die Richtigkeit und Verwendung zureichend kontrollieren kann. Durch die Datenschutzgesetze von Bund, Ländern und Gemeinden kann jeder selbst bestimmen, welche persönlichen Lebenssachverhalte andere über ihn erfahren sollen. Das nennt man das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dieses Gesetz bestimmt auch, unter welchen Voraussetzungen personenbezogene Daten durch öffentliche Stellen verarbeitet werden dürfen. Zu den Daten gehören unter anderem geografische Daten, also das Alter, Geburtsdatum, Name usw., Fotos und Videos, die finanzielle Situation, die Familienverhältnisse, Krankheiten, Geschehnisse des Privatlebens, Straftaten und Persönlichkeitsmerkmale. Datenverarbeitung ist nur dann zulässig, wenn die betroffenen Personen darin eingewilligt haben. Diese Einwilligung muss schriftlich erfolgen. Deswegen Leute, bei Partyfotos mit Freunden immer aufpassen, wenn ihr sowas bei Facebook oder ähnliches hochladen wollt. Kettlings bei!